Werte Herren, wir haben uns heute hier versammelt, um den Fussballklub memorisiert zu gründen. Die Statuten sind festgelegt und der Vorstand ist gewährt. Jetzt brauchen wir nur noch ein richtiges Spielgerät. Geschätzte Fussballfreunde, ich habe möglicherweise eine Idee. Mein Nachbar hat heute Morgen ein Schwein geschlachtet und uns die Blase überlassen. Moment, Moment. Bevor wir die Blase verarbeiten, sollten wir zuerst unseren Seher die Zukunft unseres Vereins prophezeien lassen. Michael Schiva, warte deines Amtes. Es tut mir leid. Die Blase ist zu wenig frisch. Ich kann die Zukunft nicht erkennen. Halt! Mein neues iPhone 5 kann mir helfen. Siri, was und wann wird der Höhepunkt der Geschichte des FC Mümleswild sein? Höhepunkt der glorreichen Geschichte des FC Mümleswilder, das Kids Festival am 25. August 2013 sein? Siri, wir danken dir. Das hat uns wirklich sehr geholfen. Darauf müssen wir ein Red Bull trinken. Oh! Oh! Das war's. Das war's.